Mit Haiku-Deck erstellen Sie ganz rasch professionelle Online-Präsentationen. Sobald Sie sich angemeldet haben, wählen Sie zunächst hier oben eins der Themes aus. Damit legen Sie die Schriftarten fest, die für Ihre Präsentation dann angewendet werden. Ja, und dann geht es auch schon los. Für die erste Folie wähle ich hier so ein zweizeiliges Layout und trage hier einfach den Text und auch den Untertitel dann ein. Ja, anschließend kann ich dann ein Hintergrundbild auswählen, hier mit diesem zweiten Symbol. Sie können hier einen Suchbegriff eingeben oder auch ein eigenes Bild hochladen. Die Bilder werden in Flickr gesucht, dieser Online-Plattform. Es werden Bilder gefunden, die mit einer Creative Commons Lizenz ausgestattet sind und die jeweilige Lizenz wird dann in der Präsentation auch angegeben. Ja, mit dem nächsten Symbol legen Sie fest, wo Ihr Text auftauchen soll. Also das Layout, das Erscheinungsbild Ihres Textes können Sie hier festlegen. Ja, und anschließend mit Add Slide werde ich hier eine weitere Folie ergänzen. Ich suche mir wiederum ein Hintergrundbild aus. Automatisch wird der Text, den ich eingetragen habe, als Suchbegriff hier verwendet. Ja, dann geht es wieder weiter. Wo soll mein Text positioniert werden? Und ergänzen wir noch eine weitere Folie. Ja, ein weiteres Hintergrundbild. Ein passendes OK. Fertig. Sie können hier auch Aufzählungen bzw. Nummerierungen für Ihr Folien-Layout festlegen. Ich bleibe aber hier bei dieser zweizeiligen Möglichkeit. Suche mir wiederum hier ein letztes Bild jetzt für meine Präsentation aus. Man könnte hier auch verschiedene Diagramme hier ergänzen bzw. einen einfärbigen Hintergrund festlegen. Ich bleibe aber bei meinem Bildhintergrund. Jetzt geht es hier rechts oben weiter mit diesem kleinen Pfeil. Können Sie eine Vorschau Ihrer Präsentation sehen. Ja, das Ganze sieht wirklich sehr professionell dann aus. Ich werde es wohl hier wiederum schließen. Und abschließend geht es mit Share weiter. Sie vergeben hier noch eine Kategorie und vielleicht eine kleine Beschreibung. Anschließend können Sie festlegen, ob Ihre Präsentation öffentlich ist oder per Link nur weitergegeben werden kann. Und ganz zum Schluss erhalten Sie dann einen Link zu Ihrer Präsentation bzw. den Einbettungscode. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.